Meine Großmutter Meine Großmutter hat mir mal diesen Tipp gegeben. Wenn die Zeiten schwierig sind, gehe in kleinen Schritten weiter. Tu, was du tun musst, aber tu es langsam. Denk nicht an die Zukunft oder was morgen passieren kann. Reinige das Geschirr. Wisch den Staub ab. Schreib einen Brief. Koch Suppe. Siehst du das? Du gehst vorwärts. Schritt für Schritt. Mach einen Schritt und dann Pause. Ruhe dich aus. Schätze dich selbst. Mach den nächsten Schritt. Dann noch einen. Du wirst es kaum merken, aber deine Schritte werden länger werden. bis es so weit ist, wo du wieder an die Zukunft denken kannst, ohne zu weinen. ein bisschen mehr Durung und teleporte ropes, aber, du glaubst du noch dazu, dass du in die Zukunft und, das, hast du auch werk genut. Aber wenn du wieder anfing dir Chase совремen, die Mun Egg ist, brauchst du für biting опред der property. Aber das ist die gute Sache. D simplement tun. Untertitelung des ZDF, 2020